Ja, meine Studienwahl war insgesamt sehr stark von einem Zufall abhängig, nämlich hatte ich die Möglichkeit mit einer befreundeten Kommitonin einen Tag mit ihr durch ihren Studienalltag durchzugehen und ich hatte da das Glück Germanistikkurse besuchen zu dürfen und durfte dabei mit so einer Begeisterung in diesen Kursen sitzen, dass ich mich einfach in der Germanistik einschreiben musste. Am deutschen Seminar der Universität Zürich gefällt es mir insbesondere, dass wir mit den Koryphäen auf ihren jeweiligen Gebieten lernen dürfen, bei diesen Kurse besuchen dürfen und dadurch auf sehr hohem Niveau und auch sehr nahe an der Forschung bereits im Grundstudium unser Fach kennenlernen dürfen. Linguistik ist für mich mehr als nur ein Studium oder die wissenschaftliche Beschäftigung mit Sprache. Es ist vielmehr auch eine Möglichkeit, mich in sowohl alltäglichen als auch gesellschaftlichen Krisensituationen auf so eine Meta-Ebene zu begeben und Gesellschaft oder Sprache oder auch Gespräche im Alltag zu analysieren und mir intensiver darüber Gedanken zu machen.